Gut, wir starten mit den Nebenquests, gucken mal, was uns die Freunde da noch erzählen. Hallo Outlander, willst du etwas über Neuigkeiten von außerhalb der Stadt erfahren? Die Crossroads? Ey, Wegekreuz, das ist ein zentraler Ort für den Austausch von irdischen Informationen, unabhängig von ihren Loyalitäten oder Konflikten. Mit irdischen sind natürlich unsere Irdenen gemeint in dem Fall, kennt die Übersetzer-App noch nicht. Mein Freund Bondas verwaltet den Platz inoffiziell. Er würde sich freuen, dich persönlich zu sehen. Ich bin sicher, er hat schon hundert verschiedene Geschichten darüber gehört, wie sie und die Fremden es auf unsere Insel geschafft haben. Oh, mehr Geschichten, das ist auf jeden Fall genau mein Jam. Und da müssen wir da runter. Sieht jetzt nicht so imposant aus, hör ein paar Blümchen. Der sieht wild aus. Freyschwörer. Aha, mit einer Schaufel, der pflegt hier die Blumen. Junge, Zwergendruide, hä? Let's go. Das sind genau die Anspielungen, die wir haben wollen. Da gibt es hier drüben ein fallengelassenes Paket. Können wir auch noch mitnehmen. Okay. Ein kleines, aber schweres Paket. Ein Ledersäckchen. Und da ist auch ein Label dran. Der Quarz Kurier Express. Ah, guck, mit einer Adresse. Vorsichtig öffnen. Da sind Elementarminerale drin. Na gut, das nehmen wir erst mal mit. Seid gegrüßt, Fremder. Mein Name ist Urtago. Ich bin der Lehrling von Hausmeister Krogran an der Gedenkstätte Morning Rice. Die schämischen Kobolde mit Kerzenlicht haben Morning Rice überrannt und wir suchen Hilfe. Der Außenposten, er liegt gleich nördlich von hier. Ich werde euch mehr erzählen können, sobald ihr angekommen seid. Ach so. Die rennt jetzt vor und hat nur Hilfe geholt, oder was? Ich muss gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Ich muss aber schon sagen, ist ein bisschen weird, bei all den Gefahren hier, jetzt von Kobolden überrannt zu werden. Na gut, haben sich auch alle Streiter und Wachen auf die Hauptstadt konzentriert? Haben die Kobolde gleich genutzt, ne? Du nicht nehmen Kerze. Aber hallo, da hatten wir vorhin ja auch schon den Dungeon. Der war im Abenteuerführer. Und das war der Dunkelflammspalt, oder? Weil genau, wo sich dann die Finsternis manifestiert, nachdem alle Kerzen aus sind, wir den Kerzenkönig besiegt haben, da lernen wir dann, dass die Kobolde recht hatten. Wir sollten die Kerze lieber nicht nehmen, in der Dunkelheit. Da lauern sie. Wir haben nicht viel Zeit, Otago. Ja, rennt schon mal los. Und dann treffen wir uns bei diesem Außenposten. Und hier ist unser Rannon. Den habe ich sehr zu schätzen gelernt, in Dragonflight, zusammen mit Teresa Sonnenstrom und Tuberos, Unternehmer im Glitzerkramgewebe. Äh, Gewebe zum Glück, nicht, sondern Gewerbe. Unsere Niffen, die sind mit von der Partie. Sehr cool. Und Rannon, ein sehr witziger Dude, der ein ganz solider Brandersatz war, fand ich in Dragonflight. Leider, auch einige Verluste musste er erleiden. Sein guter Freund, sein bester Freund, war sogar sein Geliebter, ich glaube, oder? Ganz am Ende gab es da zumindest eine Andeutung. Den hat er verloren bei einer tollen Expedition, wo wir irgendeinen alten magischen Schrein untersucht haben. Und dann haben wir noch ein kleines Denkmal, ein kleines Grab errichtet. Seitdem war er ein bisschen gebrochen. Aber, wir sehen, sein Abenteurergeist ist auf jeden Fall noch wach. Und darum ist er jetzt hier mit ähnlich begeisterten Konsorten. Ja. Ich weiß nicht, was die anderen sagen wollen, aber hier zu landen ist möglicherweise das Beste, was uns je hätte passieren können. Landen? Wir sind gecrashed und fast ertrunken. Das nennst du das Beste? Wir sind immer noch hier und werden irgendwas Glitzerndes finden, oder? Ja? Junge, Tuberos, fast verreckt. Welt fast untergegangen. Aber hey, wir werden irgendwas Glitzerndes finden. Oh, braucht ihr einen Wegweiser? Das ist der Real Shit. Okay. Ja, die Niffen, wer die vielleicht aus Dragonflight nicht kennt, das sind halt Maulwürfe. Ja, die sehen besonders schlecht. Und das heißt, sie mögen alles, was extrem stinkt. Weil alles, was extrem stinkt, das können sie irgendwie wahrnehmen. Und darum mögen sie sehr intensive Gerüche. Oder eben Dinge, die sehr exzessiv glitzern. Weil in ihrer Höhle war auch nicht viel Licht, ne? Um das also dann erkennen zu können, muss es irgendwie gefunkelt haben. Das ist dann voll ihr Style. Ja, er ist ein bisschen durchgerüttelt, aber der Platz ist ganz nett hier. Viele neue Gerüche, sagt er. Und er möchte am liebsten gleich zurück zu seiner Trauten, zu seinen Freunden. Oh nein, er muss auch ein bisschen hier sein. Weil seine große Liebe, die wartet zu Hause. Aber er will seiner großen Liebe natürlich etwas bieten. Darum braucht er Glitzerkram. Ja, damit Brot auf den Tisch kommt. Ah, wir werden etwas finden. Ich weiß es. Ja, das ist super. Es wird auch fette Würmer geben auf unseren Wegen. Es wird uns an nichts mangeln. Sehr, sehr gut. Aber sagt Rana nichts davon? Ich bin hier für die Geschichte. Oder was auch immer. Aber er hat sie einfach nur reingemogelt in die Expedition. Er hat ganz andere Interessen. Er will die Sache nur finden und zu Bares Ferraris bringen. He, he, he. Geil. Ich rieche euch später. So, bist du nicht ein bisschen zu jung für diese Expedition? Auch das elfische Charaktere zu fragen, ist aber auch immer mutig. Grüße, schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Taressa. Ja, Rannans neuer Dragonscale Expedition Trainee. Sie ist wirklich der Azubi. Ach, guck, ich bin super aufgeregt, hier zu sein. Auch wenn, Sie wissen schon, ja, ist bisher nicht so gut gelaufen, die Expedition. Sie ist super interessiert an Titan-Technologie. Und die beiden anderen haben einen guten Ruf im Umgang mit diesem Zeug. Wie Rannan es nennt. Einfach Stuff. Okay, dieses Titan-Zeug eben, ne? Ich möchte wirklich etwas davon aus der Nähe sehen. Und es sieht so aus, als würde ich das tun. Auch wenn dafür eine Bruchlandung in der Stadt nötig war. Bist du nicht ein bisschen zu jung? Sie sieht ein bisschen unruhig aus. Äh, woher wisst ihr das? Sagt es niemandem. Aber ich habe den Anwerbern der Expedition gesagt, dass ich 200 Jahre alt bin. Sie lächelt und unterdrückt ein Glucksen. Ziehen Sie eine Null ab und Sie erhalten die richtige Antwort. Vor allem, sag es nicht Rannan. Aus irgendeinem Grund hat er eine sehr hohe Meinung von Elfen. Weil der verstorbene Freund ein Elfer, ne? Darum drückt er bei ihr, maybe, beide Augen zu. Das ist ja sweet. Können wir vorstellen, dass die Story sein soll, dass er in ihr und ihrem aufgeweckten Forschergeist und ihrem Interesse ein bisschen was von seinem verstorbenen Freund wiederfindet. Und darum interessiert ihn das auch nicht. Ob sie jetzt 20 oder 200 Jahre alt ist. Oder er hat einfach Bock auf eine 20-jährige Elfenpraktikantin. Ja, aber so habe ich ihn eigentlich nicht kennengelernt, okay? Ich hoffe, es ist eher die andere Geschichte, ne? Boy. Komm mit uns nach Dalaran, sagten sie. Das wird toll, sagten sie. Gut, dass ich schwimmen kann. Tiobs hätte mich fast ertränkt, als ich versuchte, ihn an Land zu tragen. Er hat sich an meinem Rücken festgekrallt. Ich muss mich durch das Wasser graben. Naja, wir haben überlebt. Ach, er fühlt sich schlecht. Ja, für alle, die jetzt hier sind. Und wir können aber nur das Beste draus machen. Und das tun wir. Aber es gibt zu viel Wissenschaft, von der ich euch erzählen will. Eine titanische Expedition. Oder, weil unser Stadtschiff untergegangen ist, Titanic Expedition. Keine Eisberge hier zum Glück. Unser Handelsfreund erzählte uns von einigen kleinen Inseln vor der Nordostküste, den Drei Schildern. Oder Drei Schilden? Schilden, ja. Anscheinend gab es dort vor langer Zeit eine Menge Aktivität der Titanen. Für mich klang das nach Forschung und Entwicklung der Titanen aufregendes Zeug. Tuberos geht dorthin, um es zu überprüfen. Teresa, mein neuer Dragonscale-Praktikant, kommt mit, um echte Profis bei der Arbeit zu sehen. Möchtet ihr euch nicht anschließen? Tschüss. Tschüss. So ein Typ. Hoffentlich sind diese glänzenden Artefakte was wert. Im Ernst, Tubi? Doch nicht vor Teresa. Darüber hatten wir uns doch unterhalten. Hm? Teresa zieht eine Augenbraue hoch? Über was hattet ihr euch unterhalten? Und kein Kommentar. Okay, ja, da bist du zu jung für, können sie jetzt immer sagen, ne? Das sind Männergespräche. Da können wir dich leider nicht integrieren. Schade aber auch. Reuven, hi. Ja, coole Truppe. Aber bevor wir den hinterher machen, würde ich sagen, wir lunzen hier gerade nochmal rein, weil das war ja eigentlich die Quest, die uns hergebracht hat. Bei Bondas. Ja, immerhin nicht Bondage, oder? Wenn der Zwerg so heißen würde, dann hätte ich aber ganz andere kulturelle Fragen. Watterst du denn, mein schöner? Ein Außenseiter. Du bist echt. Genau wie die anderen, die hier vorbeigekommen sind. Es gibt so viele von euch. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Ich weiß alles über diese Insel, aber das hätte ich nie erraten können. Na, und das war's tatsächlich schon. Dann sollten wir mit den anderen quatschen. Ja, cool. Bisschen Titan gelüht. Da müssen wir eigentlich direkt rein, ja. Den folgen wir mal. Rennen. Junge. Oh, ich bin verwundet. Eine Gorlock-Schlaue. Ist die giftig? Medic. Medic. Du bist hingefallen und hast dir den Kopf gestoßen. Der Gorlock hat dich nicht berührt. Nun, ich... hab ihn abgelenkt. Psst, ihr lasst mich noch schlecht vor Bluthauer aussehen. Ey, Mann. Okay. Wir haben auf jeden Fall Gorlocks auf dieser Insel. Sie haben den Gorlock auch kaputt gehauen. Und Rennen ist einfach gestolpert und hat sich den Kopf angeschlagen. Okay. Ist das bescheuert, Junge. Was für ein fantastischer Auftakt. Ich liebe diese Gang. Die müssen uns jetzt für immer begleiten. Eine Titanen-Expedition. Ja, mir geht's gut. Ist nur ein Kratzer. Aber es hat drei von uns gebraucht, um diesen kleinen Gorlock kaputt zu kriegen. Also ist es eine gute Entscheidung gewesen, dass wir hier mitkommen. Gut. Bis später. Sehr gut. Nur damit Sie es wissen. Meine Expedition ist dieses Mal offiziell genehmigt. Ich habe meine eigene Expedition. Kannst du das glauben? Ich schätze, mein Schurken-Spelunkengang in der Zaraleck-Hühle war das Risiko wert. Egot wurde befördert und ich habe den neuen Drachen-Aspekt getroffen. Okay. Okay. Der Absturz war ein Versehen. Und ja, alle meine Geräte liegen auf dem Grund des Ozeans. Und die Gorillas werden Sie wahrscheinlich finden. Gorillas? Gorlocks. Nice. Die Gorilla Gorlocks. Aber denkt daran, wie viele Vorräte in dieser Titan-Test-Spielgruppe nur darauf warten, von Profis wie uns ausgegraben zu werden. Perfekt. Der titanische Playground. Die titanische Spielgruppe. Ich liebe die App. Tschüss. Nein, ich gehe noch nicht, Mann. Teressa hat für uns Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass wir Gorlocks Artefakte ausgraben und mit ihren Schmusen... Aha, ein Kuschel-Artefakt. War das nicht auch im Scholasar-Becken? Da haben wir mit den Gorlocks doch auch auf Daily-Basis nach Glitzer gegraben oder was das war, ne? Und dann immer zwischen den ganzen Wurzeln und Bäumen und Schlangen musste man irgendwelche Glitzi-Steine ausbuddeln oder wie sie die genannt haben. Ich denke, es bedeutet, dass die Artefakte Wärme ausstrahlen? Vielleicht bedeutet das, dass einige Artefakte noch funktionieren? Stell dir vor, die Titan haben die Technologie erschaffen, um Welten zu formen und jetzt benutzt ein Fisch sie, um seine Flossen zu wärmen. Die Gorlocks wollen nicht aufgeben. Und ich will auch kein Rennon-Kebab sein. Ich frage nur ungern, weil sie einfach nur warm sein wollen, aber könnt ihr uns dabei helfen? Ja, wir helfen. Das ist natürlich Echtzeit, die wollen einfach nur kuscheln. Und jetzt sind sie tot. Oh, Tag auch, Chef. Sehr belastend, ja. Moin, ne? Diese Insel ist gefährlich, aber ich kann die Shinies riechen. Der Boss nennt sie Titan-Artefakte. Ja, ja auch wieder, ne? Shinies, Glitzis, jawohl. Aber sie erzielen einen hohen Preis, also nenne ich sie immer noch Glitzis. Das ist nicht der einzige Geruch hier. Es stinkt nach diesen Gorlocks. Sie riechen feucht, nass und ein bisschen wie toter Fisch. Aber wie der Boss sagt, wir sind hier und Shinies sind hier. Äh, Titan-Artefakte. Also müssen wir tun, was getan werden muss. Kat-a-lu-gi-sirung. Alles klar. Da kommt das Brot auf den Tisch, Junge, wenn wir die einsammeln. Ehre. Wir sind also hier, um ein paar Titanen-Glanz-Stück-Artefakte oder was auch immer einzusammeln. Und Rannan ist der Meinung, dass die Chancen, etwas über die Titanen herauszufinden, umso größer sind, je mehr sie leuchten. Sie wissen schon, was ich meine. Das wird Rannan freuen. Aber es wird auch dafür sorgen, dass ich ein paar Extras für mein Geschäft zu Hause habe. Meine Frau, Persimona, wartet in Loam auf mich. Ich kann nicht mit leeren Händen zurückkehren. Oh nein. Der Arme. Er muss an Souvenirs denken. Oh, frohe Geruchsspuren. Ich weiß, ich bin neu bei der Expedition. Aber gibt es möglicherweise einen Grund dafür, dass dieser Ort verlassen wurde? Oder? Macht euch keine Sorgen. Wenn hier irgendwas seltsam wäre, dann würde ich es riechen. Ach schön. Ja, wir wissen, was wir tun. Tubes und ich, wir sind Professionelle. Ja. Das wurde uns jetzt schon mehrmals bewiesen, dass das definitiv die Profis hier sind, oder? Also, auf die können wir uns verlassen. Ach, wir haben jetzt hier süße Kuschelgorlogs am Arsch. So, dann kommt mal ran. Dann gebe ich euch mal unser neues Reaper-Mark. Da ist es drauf. Und dann gibt es Syndragosa drüber. Rums. Wo ist denn unser Mark jetzt? Da hinten ist es schon auf 14. Da müssen wir jetzt ja schauen, dass aus irgendwelchen Gründen meine Keybinds resettet sind. Das ist nicht so gut. Aber ist unser Mark jetzt schon explodiert? Scheiße. Warum sind denn meine Keybinds weg? Oh nein. Bestimmt durch den Disconnect vorhin, ne? Das ist immer gerne so in Alpha-Phasen. Darum habe ich jetzt nicht besonders viel von unserem super-nicen Malt gemerkt. Aber die Gorlogs sterben einfach trotzdem. Das wiederum ist ja sehr ehrenwert. Ja gut, normalerweise würde ich mir jetzt den Moment nehmen, die Keybinds schnell neu setzen. Aber wer weiß, ob wir nicht gleich nochmal die 10, ne? Das ist immer die Gefahr jetzt, junger. So. Aber wir haben 11 Gorlogs überlebt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Titan-Artefakt. Das ist ein Titan-Artefakt. Dieser Orb, der ist geformt wie ein Titanen-Artefakt. Er ist kalt und er ist schwerer, als er aussieht. Super. Davon nehmen wir jetzt sieben Stück mit. Wundervoll. Jetzt können wir unsere Aufmerksamkeit auf das lenken, was wirklich wichtig ist. Der Artefakte. Ich frage mich, was wir entdecken werden. Gut, bis später. Hm, schön euch zu riechen. Habt ihr einige von den Shinies bekommen? Ich rieche euch später. Ja, bei Pokémon, Junge. Ich habe endlich meinen Quack so. Ich freue mich. Er sieht sich die Titan-Artefakte an. Dieses hier riecht sehr... Sehr was? Säuerlich. Ah ja. Und wenn er kaputt ist, dann kann man ihn in den Laden bringen? Wieso? Achso, weil er jetzt... Das ist der Niffenweg. Weil er kaputt ist, riecht er nach Säure, weil irgendwas ausläuft und darum kann er ihn verkaufen. Da sind wir wieder, weil die Niffen das dann wahrnehmen, he? Sehr gut. Rannan würde die anderen gern sehen. Ja, die sind großartig. Danke schön, dass du sie zu mir gebracht hast. Fantastisch. Passt auf euch auf. Wir werden siegen. Glaube ich, ich habe den Dreh raus? Wir delegieren den Hard Stuff, hat die App mit harter Schwefel übersetzt? Geil. Okay, wir delegieren einfach die harte Arbeit an jemand anderen weiter und nehmen die Artefakte und katalogisieren die und dann Profit. Ganz genau. Ist so ein bisschen wie mit den Unterhosenwichteln. Weil... Es glitzert. Jawohl. Shiny Stuff. Das ist, was wir wollen. Und das ist Gramwall. Das ist ein sehr, sehr großer Gorlock, der andere schon getötet hat. Aber der hat ein sehr warmes und sehr glitzerndes Titan-Reliktier. Dann müssten wir uns das natürlich holen. Während die beiden euch herumkommandiert haben, dachte ich, ich könnte etwas Nützliches tun und dafür sorgen, dass die Gorlocks uns hier am Strand nicht überraschen. Keiner von ihnen schien an uns interessiert zu sein. Aber dann sah ich einen riesigen Gorlock. Er tötete einige kleinere Gorlocks und flüchtete dann. Allerdings hatte er etwas Glühendes in seiner Klaue. Es muss ein Artefakt sein. Und es sah so aus, als ob es ein Arbeitsgerät war, das wir zurückholen müssen. Mit wir meine ich vermutlich mich. Ja, mit wir meine ich du. Und größer als normale Gorlocks, die sind über meiner Gehaltsabrechnung. Jawohl, Rennon, dann musst du ihr mal ein bisschen mehr bezahlen. Für den Sonnenbrunnen. Dann haut ihr die Gorlocks weg. So sieht es aus. Hier haben wir die Konsole. Das sieht auf jeden Fall sehr titanisch aus. Diese Titanenschalltafel ist verwittert von den Elementen. Der Arm eines Hüters umklammert immer noch ihre Drehscheibe. Obwohl sie auf eure Berührung reagiert, funktioniert sie nicht mehr. Beim nächsten Hinsehen fällt euch auf, dass diese Schalltafel dem Protokoll einer Deaktivierung dient. Jedoch ist euch nicht klar, was das bedeutet. Hier liegt nur noch ein Arm. Okay, die reagiert auf uns. Uh, was wird's denn jetzt? Zumindest das mit der Veränderung der Farbe. Ich sehe gerade, dass die aktive Quest gerade auch drei Punkte hat. Das kommt mir eher vor, als wäre das eine Kennzeichnung für Folgequests. Auch eine Möglichkeit. Pina, Tai. Okay, das ist aber nicht, was wir brauchten. Da müssen wir das Relikt dann vielleicht reinhauen, oder? Da sind jetzt nämlich auch die drei Punkte auf der Karte. Da ist er. Graham Wall. Der hat einfach die anderen Gorlocks getötet. Warum? Weil er der Größte ist oder weil das Relikt ihn so krass beeinflusst? Uh, das Titanische. Jetzt gibt's erstmal unser Reapers Mark mit rein. Da haben wir die Welle jetzt mal richtig gesehen. Uh, sehr, sehr fancy. Junge, das ist ja wirklich mal eine Schattenfrost-Animation, ha? Titan-Artefakt. Okay. Diese kugelartige Artefakt-Dingen ist warm, wenn man sie berührt. Sie vibriert leicht und macht irgend so einen Buzzing-Sound dabei. Könnte also sein, dass das gleich einfach explodiert. Perfekt. Prokey-Jahren mit dem zweiten Monat. Vielen Dank. Titan-Hüter, dem ein Arm fehlt. Meinst du? Hier hängt auch irgendwo die silberne Hand dann noch mit rum. Das wäre natürlich wild, wenn wir da jetzt irgendeinen Teil finden von jemandem, den wir kennen. Was ist euer Begehr? Der Tag der Abrechnung wird kommen. Wart ihr in der Lage, das Artefakt zu bergen? Seid für alles bereit. Ich kann es von hierher summen hören. Oh, es irritiert meine Ohren. Lasst uns sehen, ob unsere beiden Professionellen wissen, was damit zu tun ist. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Oh, das glitzert. Oh, wow, ich glaube, es funktioniert noch. Okay, aber was tut es? Ja, keine Ahnung, ne? Ein feiner Tag für etwas Tüftelei, findet ihr nicht? Dafür sind wir offenbar nicht professionell genug. Schade, schade. Teresa macht bisher einen tollen Job. Ich schätze, ich kann das nicht so gut, dieses ganze Mentoren-Ding. Ich frage mich die ganze Zeit, was hätte Latos wohl getan? Oh, da sind wir wieder. Mein innerer Latos, ja. Jetzt ist er traurig. Ach, Mann. Aber sein innerer Latos, der hat ihn noch nie enttäuscht. Der hat ihn noch nie auf falsche Fährten geführt. Da haben wir nochmal die Erwähnung vom verstorbenen Freund. Sweet. Tschüss. Ne, nicht tschüss. Wir wollen noch ein bisschen weitermachen. Mann. Erklär mal jetzt die drei Punkte. Da ist er auch nicht professionell genug für. Du hast eine Summkugel gefunden. So nennen es die Niffen. Ich hab's einfach so hingenommen. Niffen, unsere Maulwurf-Freunde, ne? Es ist immer noch in einem guten Zustand. Es summt und brummt immer noch und ist angenehm warm. Ich hab noch nie einen gesehen, seit wir in der Zaraleck-Höhle waren. Bluthauer. Sie sollten sehen, ob wir uns an die Arbeit machen können. Die Horde ist meine Leute. Ich werde hier hinten stehen bleiben. Nur für den Fall, dass es, äh, nicht gut geht. Kein Grund zur Sorge. Ich bin mir sicher, dass es gut geht. Ja, safe. Deswegen rennt er jetzt auch schreiend weg und lässt uns hier alleine stehen, ne? Okay, wir legen die Kugel jetzt einfach hier auf den Boden, oder was? Titankugel. Okay. Wir finden diesen Orb. Der hat drei Knöpfe. Drei Knöpfe hat mein Orb. Und wir haben zwei Knöpfe an den Seiten. Die wurden deutlich häufiger benutzt, als der, der dann ganz links ist. Und die Buttons, die werden dann hell, wenn wir unsere Hand nah an ihnen ausrichten. Okay, eigene Buttons haben sie nicht dafür designt. Äh, wir drücken einfach mal die rechte Tasse. So. Es bewegt sich. Oh, es macht Sachen. Wir bestätigen die Tasse und die Kugel sort lauter. Die Runen auf ihrer Oberfläche leuchten intensiver. Okay, jetzt die Linke und die Mittlere oder die Mittlere, die Linke. Ich sag links und dann Mitte. Professionelle, hä? Hm, Geduld. Okay, das war nicht richtig anscheinend. Das heißt, wir müssen den richtigen Code rausfinden. It's moving. Das war die mittlere Taste. Warte mal, ich will mal sehen, reagiert das jedes Mal anders? Oh, okay. Also egal, mit welcher ich anfange. Sie sort immer. Aha. Und dann macht sie die Praktikantin über uns lustig. Scheiße. Gut, ich weiß nicht, ob wir das anders lösen können. Oder ob es einfach Try and Error ist. Aber gut, so viele Optionen sind es ja zum Glück dann nicht. Na, Frala, hi. Kurze Frage an dich. Wer ist nochmal der Dungeon, wo man am besten den alten Ruf OG Silbermon und so farmen kann? Also ich hab's immer gemacht im Tiefensumpf. Da geht man durch und nach dem Endboss ist man wieder am Eingang. Botanica bietet sich aber beispielsweise auch sehr gut an. Beides TBC Dungeons. Dann haben wir die mittlere Taste noch. Ja, leuchten intensiver. Das war's auch nicht. Rechte Tasse. Oh, es lebt. Es lebt, ich bin ein reicher Niffen. Das war richtig. Und? Oh. Lebensformen werden gescannt. Äh, was macht es da? Gefahr. Nicht identifizierte Lebensformen. Scannen nach aktivem Verteidigungsraster. Signalverbindung zum Alpha-Standort hergestellt. Neupositionierung. Oh oh, aktives Verteidigungsraster? Was bedeutet das? Gut, diese Kugel ist auf jeden Fall so alt, dass sie die Elfen nicht kennt. Darum direkt als Gefahr ansieht. Okay. Oh, ah, ich hab euch gar nicht da stehen sehen. Hatten ja also wirklich nur mit irgendwelchen Titanwächtern und Irdenen zu tun. Jetzt hat das Ding erstmal reingescannt. Und boom. Ja. Das ist wahre Titan-Technik. Einfach Button smaschen, bis es dann explodiert. Oder? Der wahre Weg. Das hört sich nicht gut an. Wir sollten uns auf den Weg machen. Ich möchte nicht hier sein, wenn seine Freunde mit ihm zurückkommen. Das ist keine Wiedersehensfeier, bei der man dabei sein will. Hoffentlich wird es sich nicht auf Teressa konzentrieren. Nein, wahrscheinlich nicht. Wie auch immer, wir sollten loslegen. Und zwar jetzt. Wir sehen uns später. Danke für die Hilfe, glaube ich. Ja, kann sein, dass sie jetzt verfolgt werden von irgendwelchen Titan-Geräten. Aber es gibt zu viel Wissenschaft, von der ich euch erzählen will. Tolle Expedition. Hey, wenn ich mein Leben riskiere, um mit euch auf Abenteuer zu gehen, dann würde ich gerne am Profit beteiligt werden. Clevere Lady. Ich gebe dir 20%. Und jetzt kommt. Ich rieche mehr Glitzer in dieser Richtung. Deal. Was? Nein, nein, nein. Wir sind keine Piraten. Hey, wir sind Researchers. Ja, wir sind Archäologen. Wir sind Forscher. Teressa wartet. Alle sind weg. Oh nein. Und Tubes kann schwimmen. Oh nein. Tubes? Ich dachte, ihr könnt nicht schwimmen. Niffen können schwimmen wie Fische. Ich finde, es ist genau wie Graben. Oh wow. Niffen können schwimmen wie Fische. Es ist wie Graben. Und er ist ja selber fast abgesoffen, der Rennon, weil er den Niffen tragen musste durchs Wasser, durch die Wellen, als Dalaran abgestürzt ist. Und er konnte die ganze Zeit schwimmen. Er wollte nur nicht. Was für eine Legende. Werden sie beide fast ertrunken, weil der Niffen keinen Bock hatte, selber zu schwimmen. Ich dir bereits gesagt habe, kann ich Schieferhuf nicht wirklich helfen, solange ich keinen Unterton habe. Den brauche ich für die Herstellung der Salbe. Na, kannst du nicht irgendwas gegen die Erdelementare tun, die ihm das angetan haben? Und was ist mit dem schlafenden Bergriesen in meinem Teich? Was ist hier los, Junge? Das ist auf jeden Fall nicht mehr die Expedition. Harmoth hat hier einen solchen Steinwider, der anscheinend auch ein bisschen beschädigt wurde. Lord Tiali, hi. Und das ist die aufgebrachte Besitzerin, die sie anscheinend auch mit Honig auskennt. Honig, Honig. Ach, das ist die jetzt von der Lieferung. Genau. Wir haben ja gerade so ein Säckchen gefunden. So ein Ledersäckchen mit schwerem Inhalt. Und das sollten wir zu dieser Adresse bringen. Ja. Und sie wirft uns einen Blick zu, als wir ihr entgegentreten und sie das Päckchen in unseren Händen sieht. Und Smoke the Hive raucht den Bienenstock? Vermutlich eher so ein Imkerspruch soll das sein, oder? Da geht man ja auch mit Rauch ran, um dann die Bienen zu verscheuchen, weil die denken, das brennt. Ja. Ihr habt es gefunden. Ich kann nicht glauben, dass der Kurier mein Paket verloren hat. Ich habe extra bezahlt, damit es schnell zu mir kommt. Der arme Shale Hoof geriet in einen Kampf mit den Erdelementaren, die ihn aufgewühlt und verletzt haben. Oh, und in dem Päckchen ist das Zeug, was er braucht. I see, Hamot. Der kann ihn bestimmt jetzt wieder fit machen hier. Mit seinem lustigen Stäbchen dort. Honig und Ton. Und der Schmerz ist vergessen? Was wird da die deutsche Übersetzung sein? Honey and Clay the Pain Away. Das klingt natürlich nur im Englischen wirklich cool. Großartig, nicht wahr? Ein feines Exemplar von auf die Elemente abgestimmten Wesen. Hier in der Gegend gibt es viele von ihnen. Außerdem sind sie leicht zu verletzen. Schade, dass die Heilung keine leichte Aufgabe ist. Zu unserem Glück haben wir alles, was wir brauchen, um den armen Kerl gut zu versorgen. Alles, was wir tun müssen, ist, den Ton mit dem Honig zu mischen und das dann auf die Wunden zu klatschen. Seid ihr bereit? Ja, das ist ja so ähnlich, wie wir es im Dorf schon bei den Irdenen gemacht haben. Honig und Ton ist der Weltenlohn. Sehr schöne Idee. Ja, guck mal. Honig und Lehm, Schmerzwiedersehen. Auch schön. Ey, die Dichtkunst hier, ne? Alles Minnesänger. Ihr wollt die Heilung meines Witters irgendeinem Außenstehenden anvertrauen? Absolut. Lasst uns zunächst den Ton zerkleinern, den ihr zum Amboss gebracht habt. Okay, den Ton zerkleinern. Schön zerstoßen hier. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Was machen wir mit dem Bergriesen oder mit seinen Elementarfreunden? Wie ich gerade ausführen wollte, sind Erdelementare und Bergriesen nicht unbedingt Freunde, Farnay. Außerdem schläft der Riese. Ja, dann sollten wir den vielleicht lieber nicht wecken, oder? Was sollen wir jetzt machen hier drüben? Der Feuerhonig, der muss wieder ein bisschen knallen, Junge. Das ballert. Sehr gut. Naja, also vorerst schläft er zumindest. Das könnte sich jederzeit ändern. Bring doch den Honig bitte rüber zum Ton. Den hauen wir hier jetzt rein. Like this. Bupp. Mir egal, ob er schläft. Die letzten Beben haben meinen Teich richtig durchgerüttelt. In meinem Wasserfall tummeln sich lauter Erdelementare. Ich habe also nicht unbedingt Lust darauf zu warten, dass der Riesenstein da und die restlichen Elementare dort von selbst aufwachen. Das heißt, wir dürfen ihr gleich helfen, aber erstmal schön die Salbe auf dem Pöppes hier. So. Wir könnten versuchen, ihn aufzuwecken. Vermutlich besser, als dass wir in die Elementare aus dem Schlaf reißen. Und wie genau sollen wir das anstellen? Das verrät er nicht. Er ist leider im Stehen eingeschlafen. Nun, du bist ein Naturtalent im Umgang mit den Elementen. Hast du schon mal daran gedacht, deinen Beruf zu machen? Ach, daraus zu machen. Ja, ich werde jetzt Schamane. Let's go. Sagen Sie mal, da Sie keine Angst vor Unordnung haben, warum helfen Sie uns nicht bei dem anderen Problem? Ja, da diven wir rein. Bevor wir losgehen und einen schlafenden Bergriesen aufwecken, sollten wir uns erst einmal einen Eindruck verschaffen, wie tief er schläft. Wenn die Neruber, die sich eingraben, ihn nicht aufgeweckt haben, bin ich mir nicht sicher, was ihn aufwecken wird. Nehmt diese Erdsplitter und pflanzt sie an den Wasserfällen und Hügeln rund um den See. Okay, sobald wir sie eingerichtet haben, können wir einen Überblick über die Gesundheit der Gans bekommen? Das Riesen. Wieso wird Giant mit Gans übersetzt? Okay. Ist einfach eine riesige Steingans. Nein, geht natürlich darum, den Riesen zu untersuchen jetzt. Trefft uns am Teichufer am Fuße des Hügels. Gleich hinter der Brücke. Augenblick mal, wir gehen doch nicht wohl näher an das Ding ran, oder? Doch, genau das tun wir, Farnay. Okay, so eine Gelegenheit, mehr über die Bergriesen zu lernen, die ergibt sich vielleicht nie wieder. Gut, dann checken wir das aus. Ist ja gleich da unten, siehste. Da ist ja nur einen Meter entfernt, hör mal. Easy, da haben wir es. Bebenstein. So. Und da kriegen wir einen seismischen Rumpler serviert. Ne, dann gleich mal unser Mark draufhauen. Jawohl, Jeff. Ich heiße Jeff. Aber das scheint wirklich gut Schaden zu böllern. Ne, jetzt ist es übergesprungen auf den, Bruder. Joa. Also wenn man das im Auge behält. Nette Mechanik. Dann haben wir da noch einen. Nachdem ihr die Bebensteine platziert habt, kann ich die Signale, die sie durch die Erde schicken, auswerten. So sollte ich herausfinden können, in welchem Zustand sich der Gute befindet, bevor wir ihn aufwecken. Und mit wir meine ich natürlich euch. Gut. Steine sind platziert. Oh nein, spürt ihr es? Der Puls des Riesen. Ich glaube, der arme Kerl ist verletzt. Verletzt? Da bin ich ja beruhigt. Also hoffen wir darauf, dass er schnell und leise dahin scheidet. Stimmt's? Schnell dahin scheidet? Wir haben seit Äonen keinen Bergriesen mehr gesehen. Und ihr wollt, dass der Erste, der uns begegnet, schnell dahin scheidet? Ja, die will halt in Ruhe baden. Das ist ihre oberste Priorität. Belastend. So, Hamot. Der Riese hat einen schwachen Herzschlag. Ich denke aber, er meint, dass er in seinem tiefen Schlummer von diesen Elementaren gestört wurde. Und die kommen ja aus diesen Wasserfällen hier gebrochen. Das haben wir ja gerade schon gesehen, dass sie ihn irgendwie mit ihren Wasserstrahlen angegriffen haben. Glücklicherweise sind wir beide Experten in der Heilung elementarer Dinge. Und auch benachbarter Lebensformen. Ach, guck. Aren't we? Sie hat halt keinen Bock, ne? Sie will einfach nicht. Wann? Wenn die Salbe bei Erd- und Steinböcken wirkt, dann kann sie auch bei Bergriesen wirken. Bestimmt, ja. Er wollte einfach Winterschlaf machen und dann so eine Scheiße, ne? Ach, miese Zeiten. Erinnert ihr euch an die Zeit, als wir das Feuer, das Feuer mit dem Ton, ach so, gemischt haben? Ja, um diese Salbe herzustellen. Das machen wir nochmal. Das machen wir nur größer. Okay. Das Problem ist, dass uns der Platz ausgegangen ist. In glücklicher Weise wurde durch die jüngsten seismischen Aktivitäten eine ganze Reihe von Elementen aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Die auf der östlichen, östlichen Ebene aufeinander prallen. Super. Bringt mir nassen, elementar geladenen Schlamm, den wir als Wiederherstellungssubstrat verwenden können. Ah, wir machen also wirklich dasselbe. Wir nehmen nur geilere Sachen. Wir nehmen jetzt also nicht normalen Schlamm, sondern elementar geladenen Schlamm. Sehr gut. Den holen wir uns. Und sie braucht viel, sehr, sehr viel von dem Honig. Ja, das kleine Häufchen von vorhin? Das wird wohl nicht ausreichen. Scharikai. Wann Hamot diesen schlafenden Felsbrocken zusammenflicken und ihn aus meinem Teich herausholen will, dann bin ich dabei. Leider haben wir meinen letzten Vorrat an Feuerhonig für die letzte Wunde verbraucht. Ich hatte noch keine Zeit, welchen aus dem Aschenwald zu ernten, weil die Elementare dort Amok laufen. Macht euch auf den Weg zum Rand des Waldes und bringt uns etwas Honig mit. Ihr werdet eine Menge brauchen. Das denke ich auch. Ja, machen wir noch eine schöne Gurkenmaske, hören? Und dann läuft das. Gebt Acht, wenn ihr das Aschenholz durchquert. Die Glutbienen reagieren nicht unbedingt freundlich, wenn sie gestört werden. Sie mögen temperamentvoll sein, aber sie spielen eine wichtige Rolle auf der Insel, wie alle Elementarwesen hier. Nice one. Okay. Dann haben wir da den Honig und da die Elemente. Ach Junge, ich dachte, das ist ein Bier-Elementar, aber das ist Honig. Ein Honig-Elementar. Das ist ja noch geiler, Junge. Ja gut. Da die hier auch ihre Medbrauereien haben, ne, der Zwergen-Lifestyle. Der ist ja sehr, sehr real, haben wir schon mitbekommen. Hauen wir hier wieder schön unser Mahl drauf. Mh, das Balot. Und dann geht es schön auf den Kopf. Davor hätte sie uns aber auch warnen können, oder? Ich glaube, die Bienen sind hier unser geringstes Problem. Aber der amoklaufende Killer-Honig. Oder gut, den meinte sie, als sie vor den Elementaren warnte. Irgendwie ist er ja auch eins. Da haben wir es. Der enorme Glopp. Voll Honig. Sehr gut. Den nehmen wir mit. Und sehr heiß ist er auch, der Honig. Na gut. Wir haben gesehen, wie der explodieren konnte. Wenn man ihn in das Bierchen mischt, ne. Dann wundert es mich nicht, dass hier alles heiß ist. Die Titan-Relikte. Und der Honig. Das Bier. Alles ist einfach warm. Fürchterlich. Also die Vermutung mit Bier-Elementaren hat mir besser gefallen, oder? Fand ich auch. Prost. In diesem Sinne. Ja. Wir hatten ja auch in Pandaria schon die Bier-Elementare. Die sahen aber nicht so cool aus. Das waren einfach diese üblichen Pandaria-Geister in bräunlich, malzfarbend, whatever. Darum hätte ich jetzt so eine Neuauflage, wirklich mit so einer sprudelnden Schaumkrone dann oben. Hätte ich ja sehr gefeiert. Aber Honig. Ja, Honig ist auch eine feine Sache. Zermascht Erdbrocken und Wasserkügelchen, um elementaren Schlick herzustellen. Aber wir können das auch selber machen. Das ist ja toll. Like this. Böp. Und. Böp. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Besteht ja auch die Chance, dass der Riese uns einfach angreift, ne. Auch wenn er verletzt ist. Auch wenn wir den heilen. Kann ihm doch egal sein. Denkt er sich. Ja. Ihr habt jetzt ein neues Problem, ne. Danke für die Gratis-Heilung, Leute. Ist ja besser als im Poké-Center hier. Durch die Kombination von lebendem Sand und Wasser können wir einen elementaren Schleim erschaffen. Die Heilung ist dann sogar etwas erhöht, wie es scheint. Kannst du die Energie in der Haut zwischen deinen Fingern spüren. Die Ladung, die durch sie summt. Ist das nicht berauschend? Fühlt man sich dabei nicht eins mit der Erde und den Bergen? Er drückt den Schlick fest in seine dicken, steinernen Finger. Junge. Der alte Fettfingerer, ne. Da ist er wieder. Okay. Scheint also ganz gut funktioniert zu haben, unser Plan. Nimm dich in Acht in meinem Wald. Aschenbienen. Die können gefährlich sein. Und gerade wenn du an ihren Honig ran willst. Aber wir brauchen ihn, ja. Das haben wir auch schon gelernt. Also ihre halbe Wirtschaft, wenn nicht die ganze, basiert eigentlich auf diesem Honiggelöt und dem Gebräu, das sie da raus machen, ne. Krass. Ihr habt das gefunden bei was? Lebendem Honig? Oh. Darum hat sie uns nicht davor gewarnt. Okay. Sie kennt das anscheinend selbst nicht. Sehr gut. Sie hält dann inne und senkt ihre Stimme. Lassen wir die Erwähnung vom lebenden Feuerhonig lieber weg. Der gute Hamot, der könnte sich nicht mehr erholen, wenn er davon erfährt. Das ist eine gute Idee. Wir halten das einfach geheim. Es wird schon keine negativen Folgen haben, wenn der Honig auf einmal Menschen tötet. Easy. Beim Corway. Das Zeug hat es in sich. Geil. Dieser Corway, der eingestürzt ist, ist so wichtig für die, dass sie sogar so einen Ausruf haben, ne. Wie Yeses Maria. Oder beim Herrgöttchen. Haben die beim Corway. Junge. Das ist mal eine Geschichte. Durch die Kombination von Heilenden und Schmelzeigenschaften, da haben wir eine Salbe geschaffen, die einen ganzen Berg aufwecken kann. Das ist genau das, was du jetzt tust. Nimm die Mixtur mit zum Teich und dann klatschen wir das auf die Haut des Riesen. Es sollte ausreichen, um ihn aufzurichten und eventuelle Schmerzen zu lindern. Hoffentlich. Wie auch immer. Das sind auch wieder Professionelle, oder? Das ist ja ein bisschen wie bei der Quest gerade mit unseren Drachenschuppenfreunden. Die Bebensteine sorgen für genug Spannung auf der Wasseroberfläche, sodass sie euch trägt. Meint ihr wirklich, dass das funktionieren wird, Hammert? Was, wenn das Ding aufwacht und immer noch verletzt ist? In der Theorie sollte es funktionieren. Jetzt habe ich ihn gerade gelobt, dass er Deutsch redet. Zack, Widersprache verlernt. Frechheit. Man darf sie nicht loben, die Zwerge. Das nehmen die sich gleich zu Herzen und machen dann was anderes. In der Theorie sollte es funktionieren. Ja, das klappt bei Irrnden und das klappt bei den Widdern. Warum nicht auch bei Riesen? Man muss da auch mal ein bisschen mutig und neugierig sein, ne? Außerdem stehen die ja weit genug weg. Wenn irgendwas passiert, sterbe ja nur ich. Da kann man sich Neugier dann ja auch leisten, oder? So, wir pinseln den schön ein bisschen ein. Schön den Rücken pinseln. So. Aufpassen, da bewegt sich was. Ja. Es hat geklappt. Er ist aufgewacht. Und er steppt aus dem Wasser. Wie so ein Opa nach dem Senioren-Schwimmen, ne? Boah, aber heftig heute wieder Hannelore mit der Poolnudel. Ja, ja. Die Gymnastik, ey. Bei den Formen, er ist. Überwältigend. Wieder so ein Ausruf. Bei den Formen. Was ist das denn? Aber total passend zu denen, ne? Hat er fast was von Zerret Mortis. Sie starrt sprachlos und mit weit aufgerissenen Augen auf den Bergriesen. Der ist aber auch cool. Haben sie auch ein schönes Modell gebastelt, ne? Die im heulenden Fjord sahen damals auf jeden Fall nicht so imposant aus. Finde ich nice. Baum auf dem Buckel. Schön das Hörnchen hier vorne. Und auch dieses Maul. Wat für ein Maul. Na, seht euch das an, sagt er. Ja, Heurika, wir waren erfolgreich, Junge. Die Salbe, die ist es einfach. Ölt und salbt ihn. Tausende von Jahren schlummert er am Fuße eines Wasserfalls. Und er wacht auf, ohne auch nur zu brüllen oder mit den Füßen zu stampfen. Ha, und Farni hatte sich Sorgen gemacht. Das mit der Salbe habt ihr gut hinbekommen. Beide, Farni und ich, schulden euch ein großes Dankeschön. Unser Freund hier sieht auch sehr dankbar aus. Ist das so? Äh, der Einsiedler. Einsiedler. Schmerz ist weg. Kleine Steine helfen. Ein Moment. Heilige Honigwabe. Können Sie aufhören, so zu reden? Das schafft mich. Heilige Honigwabe. Bergriesen können sprechen? Natürlich können sie sprechen, Farni. Sie sind wie du und ich. Und ja, wir haben geholfen. Feuer und Erde haben den Schmerz vertrieben. Der Bergriese grollt, als ihr zwischen euch und dem Irrdenen hin und her blickt. Eigentlich gilt er dank Bluthauer. Der Apropos Großer, hast du einen Namen? Name? Ich vergessen. Lange geschlafen. Oh, wir kennen das Gefühl nur zu gut. Also, ich bin Harbert und das ist Farni. Harme und Farnot. Farn, ach schon gut, nah genug dran. Das ist ja so aufregend. Ich habe so viele Fragen. Lass uns den Hügel hinaufgehen und ein wenig plaudern. Harme und Farnot. Wer, ihr füttert ihn. Ihr füttert ihn. Das nicht. Ihr führt ihn zu meinem Hof. Wenn er Schieferhuf oder meine Hütte zertrampelt. Mir nach, Großer. Farnot kennt da ein schickes Plätzchen auf dem Hügel. Der Bergriese nickt euch langsam dankend zu, bevor er dem Irrdenen hinauf auf den Hügel folgt. Wie schön. Neue Freunde. Neue alte Freunde irgendwie. Das ist ja toll. Und das ist jetzt auch so eine Quest. Die haben wir irgendwie angefangen. Aber die ist jetzt hoffentlich noch nicht zu Ende. Ich hoffe, das sind alles so Quests wie am Rubinleben schreien. Wo wir den guten Veritistas kennengelernt haben in Dragonflight. Diesen uralt Drachen in männlicher Zwergenantlitzform. Der uns dann auch immer wieder begleitete. Durch die Patches. Durch das Addon. Ihr könnt mir vorstellen, dass das alles so Anrisse sind. Wo wir die entweder mit Folgegeschichten in den nächsten Zonen finden. Oder dann auch in den nächsten Patches. Das fände ich cool. Heilige Honigwabe. Junge. Da steht er jetzt und sie plaudern ein bisschen. Sehr, sehr cool. Ah, mag ich. Tolle Geschichte gewesen. Hermod. Ja, könnt ihr es glauben, Blutauer. Der erste erwachte Mountain Giant. Bergriese, den wir sehen seit Äonen. Lang ist es her. Da hatten wir viele von denen. Überall hier im Land. Oder so erzählen es zumindest die Geschichten. Ich kann nicht anders, als mich zu wundern, jetzt hier einen vor mir zu sehen. Einer, der nur darauf gewartet hat, zu erwachen. Ja, langsam drehen die Zwergenausrufe mein Gehirn auch um. Vermutlich rede ich auch gleich wie die. Noch wehr ich mich? Ich setze mich zur Wehr. Aber mal schauen, wie lange noch. Toddy, hi. Vielleicht können wir den ja auch noch streicheln. Na, Schiefer Huf, bist du ein Feini? Ja, wir können seinen Pöppes ein bisschen streicheln. So, schön den Arsch gekrault. Perfekt. Das hilft bei der Wundteilung. Sehr cool. Also auch die Nebenquests bisher wirklich sehr süße Geschichten. Also, ich kann einen Schiefer coffiert haben. Ich ziehe jetzt den Schiefer, der Untervorfall wird.